Genau der Punkt, wo der jetzt hier eingeschlagen ist. Was viele auch interessiert, was passiert mit dem E-Auto nach dem Unfall? Daraus ergibt sich ja für dich jetzt eine weitere Problematik. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was jetzt genau mit dem Wagen passiert, dass es sich um ein E-Fahrzeug handelt, wurde noch schnell die Feuerwehr verständlich. Aber was passiert jetzt mit dem Auto? Ja, so schnell kann es leider gehen, wie ihr gerade gesehen habt. So schnell kann man Opfer eines Unfalls werden. Und hier bei mir ist Tobi, der Besitzer und Fahrer des Ionics, der leider von der Seite erwischt wurde. Tobi, magst du uns mal kurz erzählen, was da genau passiert ist? Ja, hallo Steve. Also erstmal danke für das Interview. Freue ich mich drüber. Und ja, ich war vor drei Wochen mit unserem allerguten Freund Stefan Schwunk auf dem Weg zum ersten Lounge-Abend des Berlin-Brandenburg-Elektrik-Vereins, bei dem wir aber leider nie angekommen sind. Genau, da wir auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Autobahn, genauer gesagt, in Berlin diesen Unfall hatten. Wir sind an der grünen Ampel gerade ausgefahren, als ein uns entgegenkommender Linksabbieger mit relativ viel Schwung in die Seite gefahren ist. Schwungvoll sozusagen. Genau, ein sehr schwungvoller Unfall. Und ja, wir uns dann einmal gedreht haben, auf einer Fußgängerinsel gelandet sind und dann relativ schnell klar war, dass wir dort nicht mehr ankommen werden. Ja, und das ist jetzt drei Wochen her insgesamt. Muss man ja erstmal sagen, also ich finde es ja schön, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Verletzt wurde niemand bei dem Unfall. Das ist das Wichtigste. So, und ich hatte mich ja schon mal mit Stefan unterhalten. Der hat mir auch gesagt, ihr wart auf einer mehrspurigen Straße unterwegs. Schräg vor euch war ein Lkw und anscheinend hatte der Linksabbieger sozusagen beim Abbiegen euch hinter diesem Lkw zu spät gesehen. Hatte dann entsprechend schon Geschwindigkeit drauf. Und ja, du hast da nochmal Gas gegeben, noch versucht, dich dieser Situation zu entziehen. Genau, und Stefan und ich dachten beide für einen kurzen Moment, wir schaffen das noch oder beziehungsweise wir haben es geschafft, da er wirklich relativ frontal auf uns zukam. Aber ja, leider hat es nicht ganz gereicht. Deswegen ist er dann hinten eingeschlagen und dann haben wir uns nicht einmal gedreht, sind stehen geblieben irgendwo und dann war es vorbei. Aber genau, wir haben alles gegeben, um da irgendwie noch auszuweichen. Hat aber trotz des E-Antriebs nicht gereicht. Ja, leider. Und damit sind wir auch schon beim Thema unseres heutigen Videos, warum wir das hier machen. Ich wollte euch mal diesen Ioniq zeigen, denn der Unfallschaden ist ja dann doch nicht alltäglich. Die meisten Schäden sind ja vorne oder hinten. Da sind die Fahrzeuge entsprechend auch gesichert, klar in den Seiten auch. Aber, Kenner unter euch werden es wissen, der Akku beim Ioniq, der befindet sich so über und so ein bisschen vor der Hinterachse. Das heißt, es ist genau der Punkt, wo der jetzt hier eingeschlagen ist. Ihr seht, der Wagen hat natürlich nicht gebrannt, aber wir wollen mal so ein bisschen durchgehen, was ist passiert, wie war der Ablauf nach dem Unfall, wo steht der Wagen jetzt, was ist der Restwert, der Zeitwert und wie geht es jetzt weiter. Und da würde ich sagen, magst du uns mal vielleicht schildern, was ist denn passiert, nachdem ihr zum Stehen gekommen seid, nachdem dieser Unfall passiert ist. Ja, nachdem Stefan dann die Fahrertür aufgebrochen hat, die nicht mehr aufging, habe ich die Polizei gerufen. Die kam dann auch ziemlich flott an, zusammen mit dem Krankenwagen, hat überprüft, ob es keine Verletzten gibt, den Unfall aufgenommen etc. Und als der Polizei aufgefallen ist, dass es sich um ein E-Fahrzeug handelt, wurde noch schnell die Feuerwehr verständigt, die dann auch ziemlich schnell kam und mit diversen Messgeräten, Wärmebildkameras etc. überprüft hat, ob die Batterie beschädigt ist, ob es einen Brandgefahr gibt etc. Dem war nicht so, deswegen ist sie dann noch relativ schnell wieder abgezogen. Man errichtete eigentlich damit, dass jedes E-Auto sofort abbrennt und dann auch ungefähr zwei Tage lang. Aber genau, dem war nicht so. Aber es ist ja auf jeden Fall gut, dass die Polizei und die Feuerwehr natürlich da erstmal so gewissenhaft sind und sagen, wir schauen uns das erstmal an. Aber das ist auch kein Hexenwerk, weil du hast gesagt, das hat irgendwie fünf oder zehn Minuten gedauert. Da sind die so ein bisschen rumangelaufen, haben das überprüft und haben festgestellt, vom Akku geht keine Gefahr aus und dementsprechend sind sie dann eben auch wieder abgezogen. Genau, also sie haben mir trotzdem empfohlen, damit jetzt nicht weiterzufahren, sondern den Wagen abschleppen zu lassen. Habe ich dann natürlich auch genauso getan und habe ihn dann zum Hyundai-Händler meines Vertrauens gebracht, der dann auch die 12-Watt-Batterie abgeklemmt hat. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit es keinen Stromfluss mehr durch die Türen gibt, weil der ist ja auch vorhanden und das sollte man bei so einem Schaden besser unterlassen, weil was da jetzt genau defekt ist, weiß man ja nicht direkt. Ja, und auch eine Empfehlung, warum du nicht mehr damit fahren solltest, auf der einen Seite ist natürlich der Rahmen beschädigt vom Fahrzeug, aber man sieht es vielleicht auf der einen oder anderen Aufnahme, das Hinterrad steht auch ein bisschen schief. Das heißt also, die Achse schien auch in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein und ja, das führt uns direkt zum nächsten Thema. Es wurde ein Gutachten gemacht, denn man muss ja wissen, wie hoch ist denn der Schaden? Genau, also der Wiederbeschaffungswert, also der Zeitwert des Wagens wurde auf 20.500 Euro festgelegt, was ich realistisch finde, was völlig in Ordnung ist und genau, den werde ich dann jetzt wiederbekommen, denn der Schadenswert bzw. die Reparaturkosten wurden auf 22.000 bis 23.000 Euro beziffert. Das heißt, es handelt sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden, was unser Ingenieur Stefan auch direkt am Anfang schon richtig eingeschätzt hat. Der hat das direkt gesehen. Der hat ja dann direkt nochmal einen Kuhcheck gemacht oder was von den Spalten. Genau, da hat er dann auch sein Lineal gar nicht gebraucht. Da war dann relativ schnell klar, dass die Tür keine perfekten Spaltenhase aufweist. Aber ja, genau, es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Wagen zu reparieren. Das heißt, ich muss ihn abgeben. Wirtschaftlicher Totalschaden, was bedeutet das jetzt für dich? Ich meine, klar, du bekommst den Zeitwert von der Versicherung sozusagen ersetzt, aber was passiert jetzt mit dem Auto? Das verkaufst du an einen netten Schrauber um die Ecke oder wie läuft das ab? Nee, ganz unprofessionell läuft es nicht ab. Der Wagen wurde für zwei Tage an der Restwertbörse eingestellt, an einer lokalen Restwertbörse. Dort können lokale Autohändler oder Werkstätten einen Betrag für das Auto bieten. Das waren jetzt in dem Fall nur drei Institutionen. Das heißt, es gab nur drei Gebote. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Das ist direkt eine Börse für Unfallfahrzeuge. Genau, das ist eine Börse für Unfallfahrzeuge, richtig. Genau, und dort wurde dreimal auf diesen Wagen geboten. Das höchste Gebot ist dann das, was ich im Endeffekt annehme. Genau, für den Betrag verkaufe ich das Auto dann und den Differenzbetrag zum Zeitwert, den bekomme ich von der Versicherung wieder. Das heißt, mir ist im Endeffekt egal, was das Auto noch wert ist. Ich kriege so oder so den Zeitwert. Aber der Restwert des Wagens ist interessant, meiner Meinung nach. Ja, das möchte ich ganz gerne von dir wissen. Was ist denn der Restwert des Wagens? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ja, es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber ihr kennt das sicherlich alle, wenn der Rahmen beschädigt ist und die Achse, das ist natürlich schnell der Wert des Fahrzeugs erreicht. Aber nichtsdestotrotz, Innenraum ist alles noch intakt. Auf der gesamten rechten Seite, Front, Heck ist alles noch tippitoppi. Der Wagen ist super gepflegt. Gut, der steht jetzt halt schon zwei, drei Wochen, deswegen ist er so ein bisschen. Aber ansonsten, du bist ja auch beruflich bedingt, hast du ihn natürlich gehegt und gepflegt. Darauf kommen wir gleich noch. Ja, was ist denn der Wagen noch wert, so wie er jetzt hier steht? Genau 6.900 Euro. Und das ist ein Betrag, bei dem ich ein bisschen stutzig geworden bin. Denn es geisterten ja die letzten Jahre alleine schon Preise für den Restwert der Batterie durch das Internet, was den Allianz betrifft. Und alleine schon der Batteriewert wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt bei einem Austausch. Gut, der Akku hat jetzt 30.000 Kilometer runter, ist aber trotzdem noch wie neu und hat 31 Kilowattstunden. Genau, schön, wenn ich dich unterbreche, aber genau da möchte ich ja einhaken. Julian hat ja letztens Videos gemacht über die PV-Speicher, die er verbaut. Und da kosten 10 Kilowattstunden Speicher so zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Und das ist schon wirklich, wirklich günstig in diesem Bereich. Du hast es gerade richtig gesagt, der Hyundai Ioniq hat 28 Kilowattstunden nutzbar. 31,4 sind es brutto. 30.000 Kilometer ist ja nichts, was er auf der Uhr hat. Da ist 6.900 Euro schon echt, muss man erst mal schlucken, oder? Genau, muss man schlucken. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was jetzt genau mit dem Wagen passiert. Der wird nämlich, da es sich um wirtschaftlichen Totalschaden handelt, höchstwahrscheinlich, so zumindest die Aussage des Kaufenden, nicht repariert, sondern ausgeschlachtet, ganz klassisch. Das heißt, in seine Einzelteile zerlegt, die werden weiterverkauft. Und da ich mir einbilde, mich mit Ersatzteilen relativ gut auszukennen, beruflich bedingt. Ja, und das wirst du, das werden auch andere Ioniq-Fahrer wissen. Es gibt kaum Aftermarket-Teile für den Ioniq, da der in wirklich geringen Stückzahlen verkauft wurde, vor allen Dingen in Europa. Das heißt, die meisten Ersatzteile, die hier noch verbaut sind, auch die gebrauchten Sensoren etc., haben durchaus noch einen relativ hohen Wert, da es dafür keine Alternativen gibt. Und das in Kombination mit der Batterie und der Tatsache, dass wirklich nur diese Seite betroffen ist, lässt mich so ein bisschen über den Betrag von 6.900 Euro stutzig machen. Und dich wahrscheinlich auch. Definitiv. Du hast da so eine Theorie, woran das liegen könnte, warum da nur 6.900 Euro zusammengekommen sind. Genau, also mein erster Gedanke war, dass es wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viele E-Fahrzeuge gibt, die einen ähnlichen Schaden erlitten haben, beziehungsweise die überhaupt an den Restwertbörsen über die Theke gegangen sind, sage ich mal auf gut Deutsch. Und deine Idee im Vorlauf des Videos war, dass es auch gut sein kann, dass die meisten Akteure, die sich an diesen Restwertbörsen befinden, keinen Hochwollschein haben. Und das finde ich ehrlich gesagt auch plausibel. Es sind im Endeffekt nur drei Gebote dabei rumgekommen. Ich kann es nicht perfekt einschätzen, aber ich vermute mal, dass es sehr, sehr wenig ist. Das beruht jetzt auf Erfahrungswerten von Unfallautos meiner Eltern etc. Also da war nicht wirklich viel Action drin, was die Gebote anging. Ja, vor allen Dingen für den Bereich Berlin-Brandenburg nur drei Gebote ist schon sehr wenig. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen mit der fehlenden, mit der fehlenden, ja wie soll ich sagen, Kompetenz oder dass man sich einfach noch nicht mit batterieelektrischen Fahrzeugen so sehr auseinandergesetzt hat. Wenn ihr da Erfahrungen habt mit Unfallern und der Restwertbörse, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde uns wirklich mal interessieren. Ich würde das auch ganz gerne dann an Tobi weitergeben. Ja, dir kann es ja jetzt am Ende egal sein. Du bekommst deinen Wert ersetzt von der Versicherung. Das heißt also, du verkaufst den für den Fahrzeug, hast du ja gerade gesagt, für den Preis. Und den Rest kriegst du über die Versicherung. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, normalerweise sehen deine Autos ja nicht so aus. Nee, nicht ganz. Hat so ein bisschen was, du liebst auf der einen Seite den Ioniq Classic sozusagen. Musst jetzt aber natürlich ein bisschen schauen, weil nachdem du dir den zugelegt hast, hat es bei dir eine berufliche Veränderung gegeben, richtig? Genau, ich habe damals für eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich Autoteile gearbeitet. Und habe mir als Angestellter dieses Auto zugelegt. Und als ich das eine Zeit lang gefahren bin und dann gemerkt habe, dass ich keine berufliche Zukunft bei der Firma habe, habe ich mich selbstständig gemacht und habe iVDoc gegründet. Eine neue, nachhaltige E-Autoteile-Marke, beziehungsweise die erste designierte E-Autoteile-Marke, die es gibt. Und genau, wir vertreiben leider keine Türen, sondern Ersatzteile, die man im alltäglichen Leben braucht, wie zum Beispiel Aktivkohlefilter, Aero-Scheibenwischer, biologische Autopflege. Das ist wahrscheinlich der Punkt, warum du das jetzt so eingeleitet hast. Und genau, dementsprechend geht das Baby, das ich lange gehegt und gepflegt habe und das mich auch erst auf die Geschäftsidee gebracht hat. Ich muss dazu sagen, ich bekomme jetzt kein Geld von dir oder sowas, das ist keine Werbung, sondern ich wollte es halt einfach nur mit erwähnt haben. Genau, wir kennen uns auch über den Verein. Du hast ja den Verein Berlin-Brandenburg-Elektrik mitgegründet. Dem sind wir dann ja auch als Unterstützer beigetreten. Dementsprechend, genau, das ist unsere Geschichte. Nur falls da irgendwie der falsche Eindruck entsteht, dem ist nicht so. Nein, absolut nicht. Aber warum ich darauf zu sprechen kommen wollte, ist, daraus ergibt sich ja für dich jetzt eine weitere Problematik. Denn ja, du gehst zumindest ohne Verlust raus. Du bekommst den Wert ersetzt des Fahrzeugs. Aber was bedeutet das denn für dich als frischer Selbstständiger? Nichts Gutes. Das ist die kurze Version. Ich habe mir den Wagen damals zu einem Großteil finanziert. Klar, der Kredit wird jetzt abgelöst. Ich bekomme noch ein paar Tausend raus. Problem ist aber, so gerne ich mir auch den Ioniq nochmal kaufen würde, in gleicher Ausführung, als frischgebackener Selbstständiger, bekommt man in den ersten zwei Jahren eigentlich keinen Kredit. Und dementsprechend, ja, war es das erstmal für mich, was ein eigenes E-Auto angeht. Und ich werde jetzt für eine Zeit lang auf Carsharing umsteigen und mit der Zoe aus meiner Gegend durch Berlin düsen. Genau, und werde mich von meinem lieben Ioniq verabschieden müssen. Du hast vom Autohaus oder von der Versicherung bezahlt einen Ersatzwagen bekommen. Das war ein Benziner, den hast du relativ schnell wieder schmutzig in gewissens abgegeben. Du hast gesagt, das kannst du einfach nicht mehr. Es ging nicht. Also das war eigentlich von der Optik her ein modernes, schönes Auto. Das war ein Opel Insignia, ein manueller Diesel. Also ich habe beim Fahrzeugverleih schon Aufstand gemacht, dass das eigentlich gar nicht geht im Jahr 2021. Und ich eigentlich ein E-Auto haben will, aber hat nicht ganz gereicht. Habe ihn dann aber zurückgegeben, weil das war eine Zeitreise. Also von zwei Jahren Elektroauto darauf umzusteigen, das war unglaublich. Also ging nicht. Ich kam damit auch gar nicht richtig klar. Der musste zurück. Also für mich keine Option. Okay, ja, vielen Dank, Tobi. Ich hoffe, es war für euch interessant, auch mal so ein bisschen was zu erfahren darüber. Was passiert denn nach einem Unfall? Vielleicht hat der ein oder andere von euch, wie gesagt, noch Informationen. Wie ist es bei ihm abgelaufen? Dann, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Wir werden auch versuchen, nochmal mit dem Händler zu sprechen. Einfach, um zu gucken, wie ist denn der weitere Ablaufen, alles drum und dran. Ich hoffe, für euch war es interessant. Und ich bedanke mich bei dir, Tobi. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wie immer bei uns, der Gast hat das letzte Wort. Steve, mir fallen keine Worte ein. Es tut einfach zu weh. Aber ich bedanke mich für das Interview. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele auch interessiert. Was passiert mit einem E-Auto nach einem Unfall? Ist ja irgendwie auch für alle neu. Und ich glaube auch für alle Beteiligten. Deswegen, genau, eher ein Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit nimmst, solche Themen aufzuklären. Das ist ja genau das, was ihr macht mit eurem Kanal. Insofern gebe ich dafür gerne einen Daumen nach oben. Und das würdet ihr auch tun. Ja, unbedingt. Denk dran. Vielen Dank. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Sag mal, Steve, was hast du jetzt vor? Was machst du da? Äh, na ja, Ladekabel brauchst du ja nicht mehr, oder? Nicht direkt, nee. Nicht direkt. Was denn? Brauchst du es? Hast du keins? Hahaha. Ja. Vielen Dank.